ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Man flash Barysler Einer quad Wir sind schon... okay nice Mitte ist grad durchgekommen Ey, Alter, schießt mich nicht alle an! Weg, Standard? Oh, ist das laut. Sollte abstehen, Alarmann hat keinen einzigen Gegner in dieser Runde gesehen. Keine SMGs kaufen, bitte. Keine SMGs kaufen. Keine. Nein. Sondern? Weil die Kevlar-Helm und Pistole holen und dann ist SMG das schlechteste, was du spielen kannst. Irgendwas anderes. Shotgun, äh, Galil, irgendwas halt. Irgendwas, was Rüstungsdurchdringung hat. Okay. Weil die jetzt keine Rüstung haben, dann... Das ist halt der Standardfehler, weil man dann immer direkt 1-1 spielt. Ob ich dich dann flamen darf. Wenn die Kevlar-Helmschaben... Und er hat doch ne gute Durchdringung. Naja, aber meistens kaufen die ja OC MP7 oder so. Oh, der hat doch nicht... Aber geht dahil gar nicht. Ah, alles klar. Wollt grad um die Ecke liegen, Alter. Wollt grad um die Ecke liegen, Alter. Was ist... Die... Die war nix. Oh, Alter, steht einer. Der hat minus 70. Ach, der ist tot. Okay. Der hat minus 22. Beziehungsweise er hat minus... Ich bin dran, hast du Supreme? Wie bitte? Jetzt können wir gar nichts kaufen, ne? Hätten wir auch nicht kaufen können, egal was für andere Zwecke hätten gekauft Alles klar Die UMP hatte das immer noch besser Die UMP hat doch wohl auch noch nicht Ja, aber ich wollte halt nicht, dass hier UZ ist oder ein B7 oder so gekauft Oh, sorry für die Flasch Die haben abgeflasht, Achtung Oh Let me help? Ja, ja Und seit Vielleicht bist du auch hinter mich gelaufen Ne, auf keinen Fall, ich bin die ganze Zeit links gelaufen Ja, das ist einer mit 5 HP Aber einmal lucky Einer abfahr Einer gelb Oh Ohohohoho Wow Scheiße, Alter Bin das gar nicht mehr gewohnt, ohne Sheldon zu bekommen Scheiße Ich sehe gerade du das bei Hansi, Junge Ja, ne? Scheiße, die Wand an Sprengen Hula Hula Hub Der Mann hat eine Reaktion in jedem Spiel, was er mit ihm spielt das könnte sein dass ich gerade auf was anderes geguckt habe ich lasse mich immer leicht ablenken auf die waffe beziehungsweise kann mich an der bussen auf globel oder so alles gut hat hier ist einer lang durch minus 34 hat der k sauber leon minus 50 das heißt er hat noch 16 ah kann man sich ja jetzt nicht mehr in der englischeine zahlen bleiben oder stelle was links einer auf dem griff auf A auf jetzt der weiß ja ja weiß meint ok main 1 das mal B gehen ja Headshot schräge fuck 33 in 1 nehmt unzeit wenn du jetzt schleichst und die kills hast du ne good day herrlich wir sind ein bisschen gut ne echo fresh wir sind einfach nur unerfahren die scheiß Spieler sind einfach so klein alter lass mal Mitte raus fahren einfach bitte ich flashe da habe ich mir was die Profis mit fahren meinen wir können doch gar nicht fahren einfach raus mit Profis rüber nice ähm ich flashe links ich flashe links lass einfach jetzt hoch und dann plant dich für Mitte da sind durchgepusht die sind durchgepusht die sind durchgepusht A und über über Spawn verschieben 2 connect da einer drin einer noch einer noch äh Spawn von der Letzter bei K ja ruhig oben oben so machen wir das habt ihr gesehen Tockela einfach gut die Smokestrain einfach gut die Smokestrain ja ich weiß ich habe heute gedacht dass die Smokest alles abdeckt was da nicht vom Boost auf gehts auf gehts Jungs auf gehts Jungs weh ob ne ein ich hab keinen bock mehr ich kann auch spiel alter wie kann der da durchsehen minus 33 einer im vent habe ich einen zu spät einer noch B einer pusht CT Bitte. Ich bang ihn noch nicht mal. Bang, bang. Bang, bang. Wir können kaufen, ne? Ja, nur so. Echt? Jetzt. Die pushen relativ schnell. Pushy, pushy. Lass noch mal aufs Übermitte versuchen, das hat heute geklappt, da man Blenden kriegt. So war die flash. Sehr schön vorhin. Das war schlecht. Fast uns auch noch geflasht. Die sind direkt bei mir. Die sind direkt bei mir. Mitte. Fünf AP. Scheiße, ich bin vor den Flash gerannt. Bis am Mitte. Weiter durch. Nichts. Die haben die Bomber jetzt. Nichts. Die Terrorist sind gesehen. Er. Let's Hilf. Er. Let's go. Oh, we'll let it go! Ja du Penner! Oh, was ist meine Flasch? I'm throwing the flashback! I'm throwing the flashback! Oh! Penner uns wohl! Penner noch MBK'n oder was das ist? Was ist die da hinten? Mach dir! Da war doch noch einer los! Der ist am Boden stand! Kommt! Schon verschoben! Ja lass doch auferschieben! Da waren zwei! Zwei waren grad noch A! Wie viel? Zwei? Ja, zwei! Müsstens einer hier sein, komm! Da kann einer flaschen oder so? Oder smocken? Warte drauf! Warte drauf! Wir sind viel gegen einen hier! Einer! Mann! Ach klar! Toll! Ach! Schreibt doch! Die haben's gesehen! Hat hier keine Smokes mehr? Nee, ich hatte keine! Warte drauf! Nee! Warte drauf! Warte drauf! Nee! Mit der Autotaka pusht der alter! Ich treff ihn nur dreimal! In der Tür! In der Tür! In der Tür! Hi, weh! In der Tür! Hi, weh! 30er! Loll! Dör pusht! Hey! Bulldog! Dör pusht! Hey! Hi! Tampon! Grüß dich! Dör! 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 Naja! Entschuldig! Z거야? Dör! F Barnes! ��겠습니다! � Ich hab noch mal einen Boost, bitte. Bist du ein B-Stabler? Keine Ahnung. Ich bin von überall ins Gesicht. Das ist ein Schampung. Oh. Oh. Hast du mich angeschossen in den Maiden? Da ist ich wieder durch, der Fenner. Was ist los? Chase, go. Ein Hurenspiel. Boah ey. Boah. War mit Ping aber auch. Top. Hat er hart am Losen oder was? Jo. Was du sagen mag? So gewinnt man auf jeden Fall grad nicht. Ja. 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 Seht die Seite, Jungs. 10 Sekunden, 9, 8. Das Spiel kostet halt auch wieder nur 40 Cent. Das Spiel kostet. Ist das hier ein Mann oder was? Duncan selber hat grad drei Leuten. Einen Short. Einen oben. Und einen... Main. Endschutzverteil. Und P90. Ich weiß ja nicht, wenn du P90 spielst, ob du dann auch drei Endschutzverteils? Ich nicht. Ich schon. Ich auch. Ja, dann koch doch P90. Könnte ich eigentlich machen, ausschließlich. Ach, bestimmt. Sind wir schon gefallen? Da lag ne AK, ne. Ich hab ne AK gedroppt, ja. Da braucht er nicht mehr. 79 in 1. Er kriegt ne Hedrischi Wandmann. Ja, wirklich. Wo sind die Lower? Einer ist B und Side. Ich glaube, dass die Westlichen dann bitte so sind. Und Side, Low. Ja, CT. Oben kommt was. Oh, wie Low. Ich bin einfach nicht mehr hier. Ja, Low. Alle Low geschossen. Aber nicht getötet. Können wir richtig? Richtig schlecht grad vor. Soll ich das Spiel erstes Mal spiele, ne? Soll ich das? Na, das erste Mal nicht. Aber das zweite Mal. Ja, gut. Du weißt mittlerweile, wo welche Waffe liegt. Ich hab mir grad aus Versehen ne Krödergranate anstatt ne Flash gekauft. Soviel zum Thema erstes Mal spiele. Geigeres Ding. Kannst du mal glauben, dass wir Global waren, Alter? Wir haben schon ne Runde. Mal gucken. Oh, ne. Wir haben A2R. Auf geht's. Aber eh. Comeback. Oh oh, partner. Ich bin glänzt. Er ist mit dir hinter dir, Mate! Ich dachte mir das, du bist genau neben mir gelaufen! Warte, du möchtest an dem vorbei, Alter! Ja, du auch! Nein, ich bin grad neben rausgekommen und krieg direkt ne Schelle! So, wir machen jetzt B-Vollgas, bitte! Ich hab ne Awe! Ist egal! Dann aimst du halt ab, nachdem ich den Spot... Leon, ich lege dir! Schon gut, ich nehm die, ich nehm die! Oh fuck, we can do this! Was machst du? Einer krosst immer in Venture! Was macht der? Der krosst in Venture, so schnell war das nicht! Ah, okay! Er smoked denn da? Warte, Hansi, warum legst du deine Smoke? Dann muss ich nicht durch können! Ich guck in Venture! Ich guck in Venture! Ich guck in Venture! Hinten, hinten, hinten! Und ganz einer CT! Es muss ein CT gesprobt werden! Ich guck oben! Wie auch immer das heißt! Oh, jetzt ist nur noch einer plant! Dann haben wir die Runde fast gewonnen! Mach ich nicht! Kannst du machen, alle Mann! Mach ich! Das geht ich! Ich guck in Venture! Kann man hier gar nicht besuchen! Ich bin hier in der Mitte! Ich bin hier in der Mitte! Licht für dich, Steffen! Die Bombe! Ich guck oben! Da oben! Lotto! Kommt unten! Unten! Wenn er auch kommt, ist er tot! Ich geb dem! Bist du oben, alle Mann? Sag ich doch! Autotocker von denen geklaut! Richtiges Comeback! Raauf geht's Jungs! Komm bitte! Ich hätte schon mehr MVPs als du! Steffen, lass dich mal... Steffen, geh mal direkt Mitte raus bitte! Und hol den! Der steht im Set drin, immer! Ja! Nein! Einfach rausfahren! Einfach... Vollgas! Ich schwing mich in deinen V8 und ab geht's! Oh! Hast du noch nicht gesehen, Steffen? Doch! Aber ich war full! Achso! Cool! Und als ich das gesehen habe, hatte ich halt schon die Säure im Gesicht! Nein, ich war auch full! Cool! Keine Ahnung, wer halt die Bombe zum Midwash mitnimmt! Alter, was hab ich denn für'n Ping? Geh die Leiter da hoch, Leon! Welche Leiter? Rechts! Was für ne Leiter soll das sein, Alter! Das ist halt keine Leiter, Mann! Weiß ich! Ja, ich hab nur Leiter... Sorry, Leiter! Ich hab's halt zu Leon gesagt! Tschüss! Tschüss! Oh! Oh! Wir verlässt es! Aha! Flashback! Hahaha! Du Kleiner! Hahaha! Hahaha! End of a highway! Hahaha! So, wir machen mal Siri! Hahaha! 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 Aber er war halt full, ne? Er war halt full von der Flash! Ja, auf jeden Fall! Wer hat den mal hingekommen? Hahaha! 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 L alle Mann, kannst du mal in der Acker legen, bitte! Das ist L alle aim! L alle aim! L alle aim! Ja, ich bin nämlich sofort wiederum! Das ist egal, was das ist! Ich hau ab, macht's gut! Ich hau ab, macht's gut! Macht's gut, Hagi! Let's go! User disconnected from your town! Eben zu elf hab ich! Sollen wir danach noch eine Serious Runde inverspielen oder sollen wir danach das Spiel wechseln? Wer für zweite! Ich geh sicherlich mit 9, 12 und 11 zu 4 ins Bett! Ich muss ja wohl alleine spielen! Ich bin nicht! Mitte Push-Deiner, Mitte Push-Deiner! Ich hab Angst! Na A war, Alter! Gib ihm! Der war close! A! Einer! Einer K und einer Unzeit! A! Einer K und einer Unzeit! Kommt B! Kommt B! Kommt B! Ja, kommt B! Ja, wenn... Ich wollte schon ein bisschen Erfahrung! Ich check mit da ab! Ich bin gleich da, ich bin gleich da! Leon! Geh da einfach weg! Geh da einfach weg! Du bist tot! Alter! Halt doch einfach dein Maul! Alter! Was ist da los mit dir? Ich hab gesagt, ich spreche auf A! Mit deinem, wenn ich sterbe! Alter! Echtiger Anti-Made heute! Minus heute! Ja, der 16 hat B! Alle, Mann, ey! Ich bin bei Ende! Die Wixler müssen erst mal mir vorbei! Oh! Der ist Z! Fuck you! Der Mann ist der Erste, wer dir das so gedacht? Das geht nicht! Das letzte haben alle gedacht! Ah, das geht noch nie! Ah das geht! Doppelgeist, wir haben die Läringer! Ich geh B A B Der wird gesmolkt Unge ich Gabelstapler A A A A Einer ist A schon gecrossed Einer DOA B, er ist A, A safe A Ja, der ist vor B, der kommt in die Mitte Der kommt in die Mitte, Leon Den hier, diesmal fokken Das war der Lo, der war schon close, der Penner Einer ist bei ihm 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 Letzte Onzeit Cross Ist hinter der Box Minus 88 Oh oh, einmal treffen an sie, komm Schaff's auch du Gleich halt, bitte Oh 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 Oh, da hab ich aber auch geschossen Jetzt glaub ich MPs, ist das wieder falsch? Probier's halt Probier's halt Aber Gegen Kepler Helm brauchst du halt sie mit Let's go Oder zwei Kopfschüsse Oh Laying down smoke Throwing smoke Deploying flashbang Fire in the hole Oh oh oh, ja ich würd sagen B Einer noch Ventum Zwei Ventum, schießt Vent auf Einer guckt Vent Wir haben die Womber, einfach nicht sterben Throwing flashbang Sind beide da On the down B Läuft das B Ist der eine oder was? Besser heavy der Typ Wann irgendwas roppen, irgendeiner? Wann irgendwas roppen, irgendeiner? Wann irgendwas roppen, irgendeiner? Wann irgendwas roppen, irgendeiner? Lass es Nomi mal legen Lass es Nomi mal legen, er hat noch Und du willst Farmers legen, oder so? Ja irgendwas jetzt Ich schmeiß dir gleich was zu Gleich dann Nächste Runde oder so, muss gucken Oh ja Ey Na egal Ich schmeiß dir gleich was zu Ahhhh Ey mein Spray Control Ist es da wieder oder was? Gehst du rein? Ich glaub man lässt mich auch Wie ist er Flushbang 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 Nee Flushbang Flushbang Highway? Nee Highway nicht Ich hab das schon gelöst Wo ist Highway? Kurz nochmal Ja hier Ähm Von Mitte zu A Highway Highway Und die Highway Richtig Richtig Der war das volle gute Spieler Der war das volle gute Spieler Hört die sie in der Nähe sein worden Ich spiel jetzt UMP only Die ist genau Alter Die schieß voll langsam Get up Let's go Elie Lass zum Schlüssel Wir sind aber auch nicht so gut Wir sind nicht so gut Wir sind nicht so gut oder wir sind die Besten Nee ich nicht Alter Ich steh im Feuer und griff ihn nicht ein bisschen Ich steh im Feuer und griff ihn nicht ein bisschen Deploying Flushbang Buss mich mal alle Mann Du musst halt hier hochkommen Du musst halt hier hochkommen Was von hinten kommt einer Da war einer Da war einer Ich komm jetzt Boah hast du das Aims gespielt Flushbang Überflash Wir da vorn Oh Eigentlich ein Highway Haben wir eigentlich gepusht und dann haben sie uns gepusht Noch einer noch einer Noch einer weiter Leon Was Ja Wir sind auch nur ich Auch nur CMG Kommt er so weißen Eigentlich bin ich global Groin Flushbang Ich konnte mich nicht wegdrehen Alter Ich hab gedacht der Fick ist Das hätte ich gern mal aus Aus Na extra in Kamera gesehen Vermutlich stehen sie beide nebeneinander Und schießen in Himmel oder Boden Wir dürfen lass uns in der Mitte mal gegenboosten Gegenboosten Ne Er kommt in der Haare gegenweg von meiner Mitte Boosten wir in der Mitte Ach soll nicht oder was Ne er hat doch gesagt der da war Oh durch uns noch einer Mitte Wieder zurück rein Hallo Mann Boah alter Entschuldigung Deploying Flushbang Und B durch Boah da kommt die Instantary Ich glaub die sind Mitte durch oder? Highway könnte was sein Ja Mitte durch Hm Ja Bin die auf A? Ja Nö B Ich weiß nur noch eine Frau Auf A Irgendwie Mitte umgedeckt war Kommt noch einer da bei der Mitte Trennt ein A Boah mehr ist mir in der Mitte Einer ist im Z Fuck Na Was lasst du denn alter Richtig gutes Mensch Richtig gut Richtig gut Richtig gut Bei 713 einfach hinten ab aimen muss Amster Wissen sie halt Oh Throwing a grenade Oh no Dann stehen da 2 hinzüllen oder was Hey wir spielen gegen Elias Ja ja Elias wir spielen gegen dich Erkenn dich ja jetzt erst Bomb has been planted So Leon ist auf K Ich würd sagen wir nachschwimmen Mal ne gepflegte Runde Rainbow Six oder? Mh Lecker lecker Mh lecker lecker Ich hab immer nur einen Durst Wie schreibt man den nochmal im Let's go Y ne A-K-ADK Wenn die killen ihn und nifeln ihn nicht Warum die nicht nötig Medi-Cache ist am Heaven Toll Bist du jetzt Bibanato oder was? Mh ne Das Internetsprache Stefan Cache ist am Heaven Du hast noch Beam vergessen Was? Du hast noch Beam dahinter vergessen Cache ist Heaven am Beam? Ne Ne ne, wenn du Heaven schon drin hast Brauchst du kein Beam mehr Internationale Cousin-Regel Aber die sind on am Beam zum Beispiel Wenn die am Hecken am Dransein sind Dramatische Dramatische Zwerg auch noch vor B auf jeden Fall No C-1 in der mitte steht auch deswegen kann ich hier nicht weg letzter leon was auch nicht das ist recht neben dem geschloss kannst du mir zeigen und riecht zwölf mal habe ich schon gegnern getötet aber sonst nicht Dann die mit dem Rücken zu dir Ne, auf Körbe nie Oh lol Ja, der kommt da rausgelaufen oder was? Ne, ne, ne Ja, der ist Oh, disconnect Stefan Oh, er ist aber mad jetzt Reflexion Oh, die hat er noch nicht Oh, die hat er noch nicht Oh, das hat er noch nicht Oh, das hat er noch nicht K 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 uns dann zu spielen.